Heintje Simons, einer der berühmtesten Künstler der 60er und 70er Jahre, ist nicht nur für seine süße Stimme berühmt, sondern auch für die Höhen und Tiefen, die er in seinem Privatleben durchlebte. Mit seinen emotionalen Liedern hat er viele Fans in seinen Bann gezogen, doch hinter dem Ruhm steckt sein Leben auch voller Herausforderungen und Schmerzen. Eine der größten Traurigkeiten für Heintje ereignete sich im Jahr 2014, als er und seine geliebte Frau Doris Uhl sich nach vielen Jahren Ehe offiziell scheiden ließen. Das war ein großer Schock für ihn, einen ruhigen und sanften Menschen, für den die Familie immer die größte Kraftquelle war. Diejenigen, die ihn kannten, konnten nicht anders als traurig zu sein, als sie sahen, wie er seine Traurigkeit allein bewältigen musste, während er versuchte, seine drei Kinder großzuziehen. Das Scheitern seiner Ehe mit Doris Uhl war nicht der erste Schock für Heintje, aber einer der am schwersten zu überwindenden. Für ihn ist die Familie nicht nur ein Ort, an den er nach jedem Auftritt zurückkehrt, sondern auch eine Quelle spiritueller Ermutigung, wenn er in seiner Karriere auf Schwierigkeiten stößt. Heintje erzählte einmal, dass, wenn er müde und gestresst war, nur eine Umarmung seiner Frau und das Lachen seiner Kinder ausreichten, um ihn motivierter zu machen. Doch nach der Scheidung veränderte sich sein Leben völlig. Die Abwesenheit seines Lebenspartners an seiner Seite, der Person, die so viele Ereignisse und Erfolge mit ihm durchgemacht hatte, hinterließ eine tiefe Lücke in seinem Herzen. Heintjes Leben nach der Scheidung war nicht einfach. Er musste drei Kinder allein großziehen und gleichzeitig eine stressige Gesangskarriere unter einen Hut bringen. Seine Kinder waren jedoch immer seine größte Quelle des Trostes und der Freude. Menschen, die Heintje nahestehen, sagten, er habe trotz emotionaler und finanzieller Schwierigkeiten große Anstrengungen unternommen, um ein stabiles und liebevolles Lebensumfeld für seine Kinder zu schaffen. Er gestand einmal, dass es ihm am meisten wehtat, zu sehen, wie seine Kinder die Abwesenheit ihrer Mutter erlebten und dass er sich immer schuldig fühlte, weil er ihnen keine vollständige Familie geben konnte. In den Jahren nach der Scheidung stand Heintje auch vor großen gesundheitlichen und finanziellen Herausforderungen. Der Arbeitsdruck und die Traurigkeit in seinem Privatleben führten dazu, dass er viele Male mit Stress und Depressionen zu kämpfen hatte. Heintje, ein starker Mann, musste lernen, Schwierigkeiten alleine zu meistern, ohne dass jemand da war, der ihn teilte oder tröstete. Seine engen Freunde sagten, dass es Zeiten gab, in denen er seine Karriere fast aufgeben wollte, aber aufgrund seiner Kinder und seiner Liebe zur Musik versuchte er aufzustehen. Auch Heintjes Sohn, der in den schwierigsten Jahren der Familie aufwuchs, erzählte vom Schmerz seines Vaters. Er sagte, sein Vater sei ein starker, aber auch sehr sensibler Mann gewesen. Er versteht, dass hinter dem Lächeln seines Vaters ein gebrochenes Herz steckt, das er immer zu verbergen versucht, um seine Kinder vor den negativen Einflüssen des Lebens zu schützen. Heintjes Sohn erzählte, dass er seinen Vater oft still im Wohnzimmer sitzen und mit fernen Augen ins Leere schauen sah, als würden schmerzhafte Erinnerungen zurückkehren, um ihn zu verfolgen. Es gab Nächte, in denen er wach blieb und versuchte, seine Einsamkeit zu überwinden. Auch wenn er in Zeiten wie diesen versuchte, vor seinen Kindern stark zu wirken, schien in Heintjes Augen immer Traurigkeit eingeprägt zu sein. Er erinnerte sich, dass er seinen Vater oft trösten wollte, aber nicht wusste, wo er anfangen sollte, weil er wusste, dass der Schmerz, den sein Vater erlitten hatte, nicht einfach ausgedrückt oder mit ein paar einfachen Worten der Ermutigung getröstet werden konnte. Den Menschen um Heintje fiel auch auf, dass er nach der Scheidung ruhiger und nachdenklicher wurde. Für einen Künstler, der Generationen von Zuhörern durch seine Lieder Freude und Hoffnung gebracht hat, steht Heintje nun in seinem eigenen Leben vor spiritueller Entbehrung. Es gab Zeiten, in denen er darüber nachdachte, bei Freunden Trost zu suchen, aber er hatte immer Angst, andere mit seiner Traurigkeit zu belästigen. Er ist ein introvertierter Mensch, der seine Gefühle immer für sich behält, anstatt sie mit Außenstehenden zu teilen. Eines der Dinge, die Heintje am meisten schmerzten, waren die Auswirkungen des Scheiterns seiner Ehe auf seine Kinder. Obwohl seine Kinder versuchten, stark zu sein, war klar, dass die mangelnde Zuneigung ihrer Mutter sie stark beeinträchtigte. Heintje sagte einmal, dass er sich immer schuldig gefühlt habe, weil er seinen Kindern kein perfektes Zuhause bieten konnte und dass ihn das immer gestört habe. Er versucht, viel Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, sich an ihren Aktivitäten zu beteiligen und in ihrem Leben sowohl Eltern als auch Kind zu sein. Aber er weiß, Heintje musste lernen, aus diesen Verletzungen aufzustehen. Aber vielleicht wird sich die Traurigkeit für immer in sein Herz einprägen. Mit der Zeit fand er nach und nach Frieden in den einfachen Momenten mit seinen Kindern, an den Abenden, an denen die Familie zusammensaß und kleine Geschichten des Tages erzählte. Aber egal, wie sehr er es auch versuchte, er hatte immer das Gefühl, dass der Schatten seiner Ex-Frau und die einst warmen Familienerinnerungen jetzt nur noch Nostalgie waren. Heintje nutzte Musik als Heilmittel, aber Musik weckt manchmal auch schmerzhafte Erinnerungen. Es gibt viele Lieder, die er mit seiner Ex-Frau oder seinen Kindern gesungen hat, als sie klein waren. Jetzt kann er nicht anders, als emotional zu werden, wenn die Melodie erklingt. Seine Kollegen erinnerten sich, dass sie Heintje manchmal allein im Studio sitzen sahen, versunken in Nostalgie für eine vergangene Zeit, mit Tränen in den Augen. Heintjes Sohn sagte auch, dass sein Vater viele schlaflose Nächte verbrachte, manchmal einfach nur still da saß und über die Vergangenheit nachdachte. Er versteht, dass sein Vater, egal wie stark er ist, nur ein Mensch mit den ehrlichsten Gefühlen ist. Er erlebte, wie sein Vater jeden Tag versuchte, sowohl Vater als auch Mutter zu sein, um für seine Kinder zu sorgen. Er weiß, dass sein Vater sich immer Sorgen um seine Kinder macht und befürchtet, dass Familienereignisse ihr Leben und ihre Seele beeinträchtigen könnten. Heintje ist nicht nur ein hingebungsvoller Vater, sondern auch ein Künstler, der immer sein Herz in jedes Lied und Lied steckt. Er sang mit ganzer Seele, aber vielleicht konnten die Zuhörer nicht ahnen, dass sich hinter dieser Stimme ein ganzer Himmel voller Schmerz verbarg, den er ertragen musste. Diese Traurigkeit wurde zu einem Teil von ihm, einem Teil, den er niemals trennen konnte. Heintje hat eine Einsamkeit erlebt, die für niemanden nachvollziehbar ist. Er erzählte einmal, dass ihm die Stille im leeren Haus manchmal das Gefühl gab, von der Einsamkeit verschluckt zu werden. In langen, schlaflosen Nächten ging er oft allein im Dunkeln, als suche er nach einer Antwort auf den Schmerz, den er erlitten hatte. Als er nach Hause zurückkehrt, wo die Familie früher der sicherste Ort war, fühlt er sich nicht mehr friedlich. Jetzt erinnert ihn diese Stille nur noch mehr an diese verlorenen Momente. Für jemanden, der einst von Millionen Fans umgeben war, fühlt er sich heute mitten im Leben verlassen. Heintje sagte einmal, dass Ruhm ihm viele Dinge brachte, ihm aber auch viele wertvolle Dinge nahm. Er kann nicht mehr wie alle anderen ein normales Leben führen. Selbst als er dem Rampenlicht entfliehen wollte, um Frieden zu finden, geriet er in den Strudel der Erwartungen und Verantwortlichkeiten. Es gab Zeiten, da wollte er alles aufgeben, den Druck und den Stress hinter sich lassen. Aber jedes Mal, wenn er seinen Kindern in die Augen sah, sagte er sich, er solle es weiter versuchen. Obwohl Heintjes Kinder noch jung waren, spürten sie den Schmerz, den ihr Vater durchmachte. Sie sehen, wie er immer versucht zu lächeln, aber in Momenten der Alleinheit verfällt er in einen nachdenklichen und traurigen Zustand. Seine Kinder versuchten viele Male, ihn glücklich zu machen. Sie organisierten kleine Partys, bereiteten seine Lieblingsgerichte zu, nur um ihren Vater lächeln zu sehen. Aber sie verstehen auch, dass es Traurigkeiten gibt, die nicht durch flüchtige Freuden ausgelöscht werden können. Sein ältester Sohn sagte einmal, er verstehe, dass sein Vater viel Druck und Trauer ausgesetzt sei. Aber er glaubte auch, dass sein Vater mit der Liebe seiner Kinder allmählich Frieden finden würde. Heintje dachte oft darüber nach, seine Gesangskarriere aufzugeben, um ein friedlicheres Leben zu finden. Er möchte seine ganze Zeit mit seinen Kindern verbringen können und sich nicht mehr um die Anforderungen und den Druck seiner Karriere kümmern müssen. Aber Musik ist ein Teil von ihm, in dem er seine tiefsten Gefühle ausdrücken kann. Er versuchte, seine Karriere fortzusetzen, aber jetzt singt er nicht mehr für Ruhm oder Anerkennung. Er singt, um sich selbst zu verstehen und in jeder Melodie Trost zu finden. In den Jahren nach der Scheidung musste sich Heintje viele Male mit Gerüchten und kritischer Betrachtung durch die Medien auseinandersetzen. Er versteht, dass sein Privatleben als berühmter Mensch immer ein Thema öffentlicher Besorgnis ist. Aber manchmal verletzen ihn unwahre Gerüchte. Er wollte seine Kinder lediglich vor den negativen Einflüssen der öffentlichen Meinung schützen. Doch die Härte der Medien machte es ihm unmöglich, sich diesen Gerüchten zu entziehen. Jedes Mal, wenn er Artikel über sich selbst liest, kann er nicht anders, als sich deprimiert und enttäuscht zu fühlen. Heintje versuchte, ein friedliches Leben für seine drei Kinder aufzubauen. Aber er wusste, dass er sie nicht für immer beschützen konnte. Er macht sich immer Sorgen um die Zukunft. Mehr Zeit, um da mehr Aktivitäten zu entwickeln, die ich jetzt, wo ich die Zeit nicht mehr habe, eigentlich dann wieder beibehalten habe. Aber es hat sich aber gelohnt sozusagen. Also wir sind da deutlich enger vernetzt. Wir geben zum Beispiel auch regelmäßig Newsletter für alle Berliner Schulleitungen in unserem Schultyp heraus, damit einfach die Informationen, Herr Sass hat das vorhin mal gesagt, die Kommunikation ist ganz wichtig. Und die brauchen wir natürlich als Schulleitung untereinander, diese Kommunikation. Frau Kreuziger, Sie haben sich gemeldet. Ja, wenn ich ergänzen darf, Ihre Schule nimmt ja an der Pädagogischen Werkstatt teil, sage ich das nicht, weil wir hier mit der Schulakademik zu tun haben, sondern als ein Beispiel. Wir haben ja viele solcher Fortbildungsreihen, die über zwei Jahre gehen. Und sie nehmen da einen Teil. Und da gibt es die verschiedensten Bausteine, die unsere Trainerinnen und Trainer durchführen. Und darüber verletzen sich ja gerade auch Kolleginnen und Kollegen gleicher Fächer über verschiedenste Schulformen sogar auch, was als sehr, sehr anregend derzeit empfunden wird, dass berufliche Schulen, ISS und auch Gymnasien zusammen dort in der Fortbildungsreihe verknüpft sind. Und da sind wir ja auch bei einem Bereich der Schulentwicklung, nämlich der Unterrichtsentwicklung. Und insofern Ihre Schule, glaube ich, wenn ich richtig mitbekommen habe, und auch zum zweiten Mal teil, was wir inzwischen auch anregen, weil ja Kolleginnen sich über acht Jahre auch verändern oder man noch mal gucken kann, wie eine Weiterentwicklung passiert. Und das ist für mich auch ein Netzwerk, ein sehr wichtiges, was durch Fortbildung halt unterstützt werden kann auch. Danke. Ich würde, wir hatten noch vorgesehen, dass wir auch auf die Nachfragen im Chat noch eingehen wollen, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestellt werden. Ich würde Sie aber ganz kurz nochmal reihum fragen, wenn Sie jetzt dann zurückblicken und immer bedenken, dass die Zukunft nicht wirklich kalkulierbar ist. Wir wissen tatsächlich nicht, wie sich die Pandemiesituation entwickelt. Aber wenn Sie zurückblicken und einen Blick voraus gleichzeitig werfen, was würden Sie sagen, was würden Sie unbedingt behalten wollen aus dieser Zeit, was sozusagen einen Zugewink bringt für Ihre Einrichtung? Das muss ich kurz aufrufen. Also, Sie sind so am nächsten gerade. Gut, also da fange ich mal an. Also, was ich unbedingt beibehalten würde, was ich geschildert habe, also ich sage mal, diese deutlich intensivere Zusammenarbeit zwischen schulischen Gremien, zwischen Verbänden, das heißt sowohl auf Schule, bei uns auf kommunaler, also auf Bezirksebene, als auch auf Landesebene, weil da haben sich, glaube ich, wichtige Sachen ergeben, was ich auch natürlich hoffe, wir irgendwie beibehalten können. Da sind wir aber noch gar nicht. Ich hoffe, wir sind irgendwann mal ein paar Wochen, Monaten, dass jeder Schüler ein digitales Endgerät hat. Haben wir es zumindest größtenteils geklärt und dass wir das dann weiterhin für den Unterricht auch nutzen. Aber was ich mir nicht wünsche, das fragen Sie wahrscheinlich gleich nochmal, ist, dass wir den Unterricht nach Hause verlagern, sondern der soll in der Schule stattfinden. Ja. Frau Schmitt. Und... Bis zum nächsten Mal.